Es ist einfach schön zu sehen, wie der Verein auch am Wachsen ist und was wir vor allem in den letzten anderthalb, zwei Jahren erreichen konnten mit den Fans, mit diesem Verein, mit der Mannschaft. Und da wächst natürlich dann was in einem und das bindet dann auch. In den Gesprächen war es, glaube ich, von beiden Seiten immer zu hören, wie wohl wir uns mit dieser ganzen Sache fühlen und ich habe das auch immer sehr, sehr offen kommuniziert, dass ich mich hier so wohl fühle. Wichtig ist auch zu sehen, dass wir weiterhin wachsen, dass wir weiter an uns arbeiten werden, dass wir jetzt nicht aufhören, erfolgreich sein zu wollen, sondern dass wir weiter wachsen und weiter diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, auch gehen können und gehen wollen. Ein großes Zeichen auch von Kevin, dass er sich für uns entschieden hat. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben, dass auch Kevin natürlich einen sehr großen Anteil daran hatte und das ist ja auch gerade als Identifikationsfigur, nicht nur als Leistungsdreh auf dem Platz natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler und von daher sind wir natürlich sehr, sehr froh und auch stolz, dass er bei uns bleibt, weil man auch sieht, dass man, wenn man etwas erfahrener ist, sich auch noch weiterentwickeln kann. Er war eine wichtige Säule in den letzten anderthalb Jahren jetzt hier und hat einen großen Anteil an unserem Erfolg und hat sich trotzdem in vielen Bereichen auch noch weiterentwickelt und von daher ist er für mich der beste deutsche Torwart gerade. Wenn dann jetzt in dem Fall Kevin einfach diese Wertschätzung bekommt und er fährt, die er verdient, dann freue ich mich so ungemein, also dass er auch jetzt endlich so wahrgenommen wird, wie er als Torwart und als Mensch ist, das freut mich einfach für ihn. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben einen der größten Titel letztes Jahr geholt im Sommer, das wird wahrscheinlich, zumindest Stand heute, einer der schönsten Momente in meinem Leben sein und in meiner Karriere wahrscheinlich, diese Momente und dieses Erlebnis miterlebt haben zu dürfen. Wir haben es jetzt geschafft, den Verein in die Champions League zu bringen. Das ist für alle das Größte, was wir auf internationaler Ebene haben können. Und klar, wenn du einmal Luft geschnuppert hast in dieser Champions League, willst du natürlich da bleiben.